Ich glaube an die Sünde. Wie könnte ich nicht nackern, was ich getan habe? Leutnant Gerstein. Herr Hitler. Herr Hitler, ich heiße General Wirt. Willkommen in Belzec. Leutnant Gerstein. Das ist Oberst Oberhauser. Leutnant Gerstein ist Leiter der Desinfektionsabteilung. Er hat die Wasserfilter für die deutschen Truppen erfunden. Sie waren Mitglied der NSDAP. Der Leutnant liefert Zyklon B für das Aktion T4-Programm. Sagen Sie, was haben Sie Ihnen von T4 berichtet, als Sie in Berlin waren? Ich bin Wissenschaftler. Ich kann nicht behaupten, dass ich viel über diese Militaborgung weiß. Ach so. Dann freuen Sie sich daran. Ich bin schrecklich. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Was denken Sie daran? Es waren Tausende. Tausende. Was ist mit dem restlichen Gas? Ich habe es vergraben. Mein Gott, Kurt. Du bist ein toller Mann. Du kannst es beheben. Bist du nicht die Format? Informier die Adiöten. Wozu? Niemand wird so eine Geschichte glauben. Dann musstet sie überzeugen, damit sie glauben. Wenn du mir nicht hilfst, muss ich es erweitern. Was wirst du machen? Du kannst es nicht beenden, indem du Gaskanister vergräbst. Kurt. Du musst vergessen, was du gesehen hast. Ich bin entspannt, Herr. Aber dieser Mann sagt, er ist ein SS und hat eine gute Informationen. Für mich ist er. Ich glaube ja, die Zünder. Wie könnte ich nicht nackern, was ich getan habe? Ja, Stein! Aber um diesen Bericht schreiben zu können, muss ich auch keine Lösung haben. Alain! Benedikt! Es ist alles, was ich habe. Es ist alles, was ich habe. Es ist alles, was ich habe. Vielen Dank.